Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Sunrise YouTube-Channel. Funktioniert deine Fernbedienung nicht, obwohl du die Batterie gewechselt hast? Ich zeige dir heute, was du über deine Fernbedienung wissen sollst und wie du allfällige Störungen beheben kannst. Die Fernbedienung hat zwei Verbindungsarten. Mit der TV-Box verbindet sie sich via Bluetooth und mit dem Fernseher via Infrarot. Diese Verbindung braucht sie, damit du die Lautstärke am Fernseher regeln kannst. Dabei zu beachten ist aber, dass nicht jeder Fernseher mit der Fernbedienung kompatibel ist. Sollte das der Fall sein, so kannst du einfach die originale Fernbedienung des Fernsehs benutzen, um die Lautstärke zu verändern. Schauen wir uns den Reset der Fernbedienung an. Drücke dazu die Back-to-TV-Taste und die Zurückspulen-Taste für 10 Sekunden. Jetzt sollte die Fernbedienung eigentlich zurückgesetzt sein. Oben rechts im Screen sollte jetzt die Kopplung erfolgreich erscheinen. Falls die Kopplung nicht von allein stattfindet, drücke Back-to-TV-Taste und Null gleichzeitig für 10 Sekunden. Wenn jetzt oben rechts die Kopplung erfolgreich erscheint, bist du fertig. Abonniere unseren Kanal, um kein neues Video zu passen und lass uns einen Like geben, wenn dir unser Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und in diesem Sinn, tschau zusammen und bis zum nächsten Mal.